ARD Text im Auftrag von Funk Servus, Anja. Servus, Assi. Hast du was? Papier krieg ich und einen Schnaps. Jetzt am helllichten Tag? Fängst du auch noch an. Was sagst du, was hast du denn? Spinner tut's halt wieder. Wer, die Angelika? Wie denn sonst? In letzter Zeit passt dir gar nix mehr. Jetzt soll ich ein bisschen heiraten sollen. Dabei, was waren denn ihre Eltern schon? Eine Wirtschaft haben's gekauft und Pleite haben's gemacht. Bei mir hat's doch alles. Was willst denn eigentlich mehr? Jetzt trink deinen Schnaps und beruhig dich. Wie denn? Soll die Verrugn, wie denn? Achtung? Oh, ich habe das noch mal. Was ist das hier? Vielen Dank.